Nach der kurzen Atempause am Montag startet die Wall Street wieder durch und wieder sind es Inflationsdaten, die den Aktienmarkt beflügeln. Die Erzeugerpreise im Oktober lagen im Vorjahresvergleich bei 8%, erwartet wurden 8,3%, die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie 6,7% statt 7,2% und auch im Vergleich zum Vormonat verliert die Inflation erheblich an Dynamik. Unverändert, bei der Kernrate erwartet wurde ein Anstieg von 0,2% und die Gesamtrate 0,2%, halb so hoch wie der erwarteten 0,4%. Der Aktienmarkt also hebt ab, die Renditen der US-Staatsanleihen sinken und damit einhergehend auch die Wahrscheinlichkeit größerer Zinsanhebung. Wenn man sich das Fat Watch Tool mal anschaut für die Tagung am 14. Dezember, dann liegt jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte bei 85%. 75 Basispunkte nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 14%. Nach all den Kommentaren der letzten Tage von Notenbanker Christopher Waller, von der Vize-Chefin der amerikanischen Notenbank, Lyle Brainard, muss man wohl davon ausgehen, dass die Zeit der besonders großen Zinsschritte jetzt vorbei ist. Wenn man sich das kommende Jahr mal anschaut, hier die Erwartungen für die Notenbanktagungen im Februar, dann liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um nur 25 Basispunkte jetzt bei knapp über 50%. Setzen sich die Inflationsnachrichten derart fort und wir sehen parallel eine Abkühlung des Arbeitsmarktes, dann kann es durchaus sein, dass schon im Februar die letzte Zinsanhebung erreicht ist. Vor Bekanntgabe der Erzeugerpreise ist der Zinsgipfel bei 4,9% gewesen, also für den Frühling kommenden Jahres. Wir lagen in der Spitze vor wenigen Wochen noch bei 5,25%. Der Zinsgipfel wird also stückweit mit reduziert. Und nicht nur die Inflationsdaten beflügeln den Aktienmarkt. Wir hatten auch überwiegend gute Quartalszahlen. Die Baumarktkette Home Depot kann bei den Umsätzen die Erwartungen des Marktes solide schlagen. 38,9 Milliarden, damit wurden die Ziele um 900 Millionen übertroffen. Der Ertrag pro Aktie war auch höher als erwartet. Und man hat die Aussichten bestätigt. Trotzdem kann in diesem Fall die Aktie nicht wirklich profitieren. Im Gegensatz zu Walmart, der Einzelhandel-Gigant beeindruckte. Einmal mit einem riesigen Aktienrückkaufprogramm von 20 Milliarden Dollar. Gleichzeitig wurden die Ertragsziele geschlagen. Die Umsatzziele ebenfalls. Man hat einmal höhere Transaktionsvolumen und höhere Verkaufspreise. Beides hilft natürlich. Und gleichzeitig sehen wir eine sehr gute Kostenkontrolle. Die Kosten in Prozent des Umsatzes sind sogar gesunken. Also für Aktionäre viel Grund zum Feiern. Auch die Aussichten, wie gesagt, wurden bestätigt. Man macht bei der Reduktion der Lagerbestände Fortschritte. Ein Punkt ist ganz spannend. Walmart betont, dass vor allen Dingen bei diskretionären Waren, also Zeug, das man nicht unbedingt dringend zum Leben braucht, da sparen die Verbraucher, das wirft jetzt die Frage auf, wie die Ergebnisse zum Beispiel bei Target ausfallen werden. Der Kaufhaus-Gigant wird diese Woche auch noch Zahlen melden, ist im Gegensatz zu Walmart stärker von diesem Bereich abhängig. Walmart, wie gesagt, kann hier positiv beeindrucken. Sind übrigens nicht die einzigen Gründe für die Kursstärke. Wir haben aus China Ergebnisse von Tencent Music. Der Ertrag und der Umsatz höher als erwartet. Wir haben im Wochenverlauf noch die Zahlen von JD und auch von Alibaba. Bei JD wird berichtet, dass die chinesische Regierung den Börsengang des Fintech-Bereiches möglicherweise vor Jahresende erteilen könnte. Den Segen also, das wäre auch ein Signal, dass Peking hier die Zügel für die Tech-Industrie ein bisschen lockert. Wir hatten ansonsten Wirtschaftsdaten aus China. Die Einzelhandelsumsätze im Oktober waren enttäuschend. Aber wenn man sich mal die Online-Komponente anschaut, dann hatten wir hier ein Wachstum von über 15 Prozent. Auch ein Grund dafür, weshalb China Tech an der Wall Street-Rückenwind gewinnt. Und nochmal, der entscheidende Faktor, wir haben die Gespräche zwischen Biden und Xi gehabt, dass beide auf höchster Ebene miteinander sprechen, ist ein gutes Signal. Wir hatten am Freitag letzter Woche die stärksten Lockerungen der Covid-Regeln in China seit Beginn der Pandemie. Und am Wochenende der 16-Punkte-Plan, um den Häusermarkt zu stützen in der Region. All das hilft aus. Und Xi betont, dass es wichtig sei, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren. Damit distanziert sich Peking stückweit von Moskau. Und Zelensky betont, dass auf dem G20-Treffen, das aktuell stattfindet, dass man sich hinter die Pläne der Ukraine stellen solle. Und dies sei der richtige Zeitpunkt, um über Frieden zu sprechen. Wohlgemerkt will man nicht die Unabhängigkeit der Ukraine kompromittieren. Das ist klar. Aber nochmal, auch ein Zeichen, dass vielleicht, vielleicht selbst an dieser Stelle eine Basis für Gespräche geschaffen wird. Warten wir es ab. Taiwan Semiconductor übrigens heute auch. Solider auf der Gewinnerseite. Man hat einen neuen Großaktionär, Warren Buffett. Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft des Milliardärs, hat einen Anteil an Taiwan Semiconductor erworben, im Wert von knapp 4,4 Milliarden Dollar. Die zehngrößte Holding jetzt für Berkshire Hathaway. Und natürlich stückweit auch eine Art Vertrauensbeweis, dass Buffett jedenfalls nicht daran zu glauben scheint, ein Angriff Chinas auf Taiwan könnte bevorstehen. Also heute stimmt mal alles an der Wall Street. Wir werden einen freundlichen Handelsstaat sehen. Ich wünsche gutes Gelingen heute. Bis dann und ciao. Ich wünsche euch nur eine Menge treatise.